Willkommen zum nächsten Schrein auf meinem Kanal. Der befindet sich hier. Ich habe schon ein bisschen was von der Karte freigeschalten. Zu jedem Turm kommt auch ein Video. Weil es ja dann auch immer so kleine Rätsel sind, so gesehen. Ein paar Aufgaben, die man da vielleicht machen muss, bei manchen Türmen. Und es ist... Heiße Luft. Okay, ich muss wahrscheinlich einfach hochfliegen. Ach nee, die muss ja... Dann fliegt der ja gleich los, oder? Ich mache den hier fest. Ja. Toll. Müsst ja hier eigentlich ein Schalter sein. Da sind ja auch noch zwei. Ja, entweder hier ist ein Schalter oder... Das Ding ist der Schalter. Ja, sonst würde es keinen Sinn ergeben, dass hier oben auch welche sind. Ja. Okay. Ah, da müssen zwei Kugeln rein. Da ist eine. Auf jeden Fall gibt es hier wieder eine Treppe, dass ich hochkomme. Ja, muss ja. Logisch. Da ist wahrscheinlich irgend so eine Truhe, schätze ich mal, drin. Und hier ist dann, wo es weiter geht. Okay. Hier habe ich zwei. Das ist die Kugel. Ja. Ja. Da ist die... Das ist noch einer. Ja. Welchen Holzbrett habe ich? Ähm... Okay. Ich nehme... Mach den da fest. Ich nehme die Kugel. Ähm... Ich mache es immer fest. Nee. Kom, ich gehe näher. Nee, komm, ich gehe näher. Ich hätte ja eigentlich eine Kerze festmachen sollen, weil natürlich falle ich gleich runter. Ich glaube das Brett brauch ich für die große Kugel, ich schläge die da rein. Ich mache die hier fest. Ich mache die hier fest. Nehmen wir das Holzbrett. Ich mache die hier fest. Eine reicht nicht aus. Da kann ich den oben draufsetzen. Nee, geht nicht. Zwei Weichen aber auch nicht. Ja, dann fällt es um. Ja, ich wollte das Ding noch mittig platzieren. Ja gut, ich mache erstmal das andere. Ich denke ich brauche alle drei dafür. Jetzt ziehe ich mir den hier rüber. Die mache ich wieder ab und lege die hier rein. Damit wäre das jetzt eigentlich, glaube ich, weiß ich nicht geschafft. Ich hätte aber gern... Ist ja überhaupt eine Kiste drin. Ja. Den schmeiße ich runter. Und hoch mit dir. Immer noch nicht. Ach, weil nur der... Ah. Ich dachte, die Hitze reicht aus, das Feuer da. Mann. Ja. Aber ganz ehrlich. Ich kann die nehmen. Ach, ich kann die nehmen. Ach nein. Ja, ne. Oh nein. Ja. 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 Reicht dann eigentlich einer wenn ich denn... Nein. Doch. Langsam, aber es funktioniert. Es reicht eine. Ihr habt es nicht gesehen, dass ich die nehmen kann. Und da ist bestimmt irgendwas in dieser Truhe drin, was man absolut nicht gebrauchen kann. Und jetzt. Es war so klar. Hat sich ja mega gelohnt. So viel Aufwand für nichts. Ja. Das war es dann auch wieder mit dem Schreien. Die nächsten Folgen. Könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Oder einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal.